Mit Abstand die beste Beratung. Mit Abstand die besten Konzerte. Schenk den Lukas, präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Wir sind Heimat. Unsere kleine Schenk den Lukas Tour neigt sich so langsam dem Ende. Doch vorher machen sich mein Kollege Lukas und Kamerafrau Leonie auf den Weg nach Bad Neunahr-Ahrweiler. Neben einer lebendigen Kulturszene mit Konzert- und Theaterveranstaltungen ist die Stadt vor allem als traditionsreicher Kurort bekannt. Da die kulturellen Angebote der Zeit leider nur stark eingeschränkt angeboten werden können, freuen sich die Bewohner und Bewohnerinnen sowie die Pfleger und Pflegerinnen der Ahrtal-Residenz umso mehr über den Besuch unseres Strahlemanns Lukas. Bei bestem Wetter wird die Dachterrasse der Einrichtung zur Showbühne verwandelt. Ein bunt gemischtes Programm sorgt für Abwechslung und strahlende Gesichter. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ein toller Nachmittag, der genau so gerne wiederholt werden kann. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Mit Abstand die beste Beratung. Mit Abstand die besten Konzerte. Schenk den Lukas, präsentiert von der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Wir sind Heimat.